Was geht meine Freunde und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Jogi ist mal wieder back am Schlüssel für euch heute mit RaceRoom. Ja, wir gehen mal heute wieder in eine Rennsimulation rein. Wir wollen nämlich das Camus C5 Bundle heute mal testen. Link dazu findet ihr natürlich in der Beschreibung. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und ich hoffe mir auch. So, willkommen Freunde hier am Norris Ring in RaceRoom. Wir wollen heute das Camus C5 Bundle mal testen in einem kleinen Live-Test. Den Link zum Lenkrad verpacke ich euch natürlich unten mal in die Beschreibung rein. Wir sind aktuell auf, ich glaube P10 oder so, wenn ich das richtig gesehen habe. Wir warten hier kurz auf das Startzeichen, auf die grüne Ampel und dann geht es los in den Test. Hier endlich mit Force Feedback, endlich mit der Drehzahlanzeige und Schaltanzeige. Beziehungsweise zusätzlich natürlich Geschwindigkeitsanzeige. Das wird alles immer geswitcht an der Stelle. Ich bin hier übrigens im Fahrzeug von Matthias Xtreme aus 2014 unterwegs. Enge Kurve. Da waren wir ein bisschen durchgereicht. Ihr könnt übrigens, wenn wir gerade hier von der engen Kurve sprechen, ihr könnt den Lenkwinkel über die eigens mitgelieferte Software von Camus auch verändern. bis 1080 Grad und glaube ich runter bis 180 Grad. Mich düngt es, ich bin jetzt irgendwo so bei 560. Ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher. Boah, da gehen wir aber knallhart rein. Aber ich habe mir sagen lassen, die Themen ist Kontaktsport. Da darf es auch gerne ein bisschen härter zugehen. Ich habe hier übrigens den Headtracker noch mit auf. Damit wir auch hier so ein bisschen in den Zeitenspiegel gucken können. Und was unsere Gegner so machen. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Rockefeller aktuell auf P1. So, das Wichtige natürlich. Einmal hier beim Lenken. Kommst es sehr gut hin an die Tastenwippen, an die Schaltwippen. Die sind nämlich nur so drei Finger breit. Die sind relativ klein und knackig. Trotzdem kommst du sehr gut hin. So, können wir davon profitieren, wenn die hier rumburbelet. Wir können eventuell einen Platz gut machen. Er will mir hier ein bisschen die Tür zu rauf nehmen. Aber da gehen wir mit rein. So, da haben wir die P2. Schaltung ist echt richtig knackig. Das Ansprechverhalten super gut. Und man spürt auch das Force Feedback. Tippi-Toppi. Bei jedem Schaltwechsel oder bei der Bodenwelle hast du das direkte Feedback an den Fingern, an den Händen. Jetzt haben wir uns aber ein bisschen verbremst, Kollege. So, aber wir können uns behaupten. Wir haben hier ein Durchmesser von 28 cm. Für mich persönlich, ich mag das einfach, wenn das Lenkrad so ein bisschen sportlich knackiger ist. Da schiebt er über die Vorderachse. Haben wir ein schlechtes Setup eingestellt. Das habt ihr gerade gesehen. Zu viel Gas. Ich musste immer runter vom Gas auf die Bremse, weil er zu sehr über die Vorderachse schiebt. Aber wir geben nicht auf. Kürzer Kontakt. Mal zeigen, wir sind hier. Noch ist hier nichts entschieden. Und es fühlt sich halt so dermaßen hochwertig an. Also gerade auch hier direkt wieder in diesem Test. Es ist unerwartet gut. Es ist echt überraschend gut. So, wir gehen wieder außen entlang. Dass wir vielleicht die Ideallinie nehmen können. So, diesmal sind wir ein bisschen besser dran. Okay, komm, wir gehen innen durch. Das ist spannend. Ich kann mir auch gut vorstellen, mit einem Durchmesser von 28 Zentimeter, dass wir da ganz gut Dirt Rally zum Beispiel mal spielen können. Ich glaube, ich packe das Lenkrad mal noch rüber in mein Sim Rig rein. Aber wenn ich jetzt gerade hier mal wieder sitze, mit dem Lenkrad, es macht mal wieder Bock. Es macht einfach mal wieder Bock, zwischendurch Simracing zu zocken. Und Haube aufs Pedal. Auch das Ansprechverhalten vom Pedal spitzenmäßig. Es ist ja relativ simpel gehalten, das Pedal. Also für den Einstieg in ein Direct Drive, das müsst ihr euch mal vorstellen. 300 Euro. Also ein Blick lohnt sich definitiv über den Link. Oh, da müssen wir nochmal runter vom Gas. So, aber da sind wir schon mal ganz gut voran. Ich glaube, die Kurve wird dahinter gesucht. Ich habe das Lenkrad jetzt da schon eine Weile im Test an der Stelle. Allerdings bisher nur im Landwirtschaftssimulator. Und alleine schon da, muss ich sagen, das ist einfach was ganz anderes, mit so einem Lenkrad Direct Drive den LS zu zocken, anstatt ins Zahnriemen angetriebene Zeugs. So, da sind wir doch sehr gut durchgekommen. Also das müsst ihr mal unbedingt probieren, Race Room. Meiner Meinung nach, aber da scheiden sich die Geister. Das beste Simracing-Spiel. Vorteil für mich, jetzt kommt der Schwabe wieder raus. Es kostet grundlegend nichts. Wenn ihr das aber irgendwie erweitert wollt, durch Fahrzeuge, durch Strecken, dann müsst ihr ein kleines Geld in die Hand nehmen. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt irgendein Fahrzeug haben wollt oder ein Pack, je nachdem, zahlst ihr dann halt einen Euro dazu. Vorteil ist allerdings, du kannst das Fahrzeug auf so einer Teststrecke erstmal testen, ob dir das gefällt oder nicht und dann kannst du es kaufen. Mir ist es immer lieber, ich kaufe gezielt was, anstatt irgendein DLC, wo mir vielleicht nur ein Fahrzeug gefällt und der Rest hast du sozusagen umsonst gekauft. Aber das hier, das Lenkrad, kam aus Grüße gehen raus. Heftig. Die waren jetzt übrigens vor kurzem in Dortmund auch auf der Sim-Expo und auch da war es für viele, viele Kollegen eine Überraschung auf der Messe. So, ich glaube, wir können uns Zeit lassen. Das haben wir soweit in der Tasche. Das hat dann klar den Vorteil, wenn wir vorne in Ruhe unsere Runden drehen können und hinten im Kampf passiert dann doch der ein oder andere Ausrutscher. Also, kürz und knackig, knapp 300 Euro für einen Direct Drive. Ich meine, 5 Newtonmeter hat es, also gut als Einstieg. Mitgelieferte Software, das Force Feedback. Super ansprechend, super feinfühlig. Tolles Lenkrad, es fühlt sich richtig schön weich und solide an. Trotzdem sportlich und knackig. So, während wir, glaube ich, die letzte Runde absolvieren. So, guck mal, desto mehr Runden mal fährt, desto besser kommst du auch rein. Und ich glaube, hier, das Lächeln in meinem Gesicht, das spricht Bände. Der Kerl hat es wieder verschmeckt. Und drauf aufs Pedal. Also auch die Pedalerie, super. Ich bin echt begeistert. Ich habe es im Review schon gesagt, die Pedalerie, simple as possible, aber sie erfüllt ihren Zweck mehr als gut. Ja, guck mal, wir dürfen nochmal die Runde. Es macht halt so Spaß, unten bei der Pedalerie so langsam durchzudrücken und dann, wenn du Platz hast, Vollgas reindrücken. Audi hat mir sehr gut gelegt. Ich glaube, das war die beste Runde. So, das war's. So, das war ein kleiner Eindruck vom Camus C5 Bundle. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schaut es euch gerne mal an. Ich kann es absolut empfehlen. Hat mir sehr, sehr viel Spaß bereitet. Ich werde das ein oder andere Spiel noch mit dem Lenkrad testen. Also lasst gerne ein Abo da, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann. Und ciao.